Du bist Zeuge der dunkelsten Stunde in der Geschichte von Raios. Hier draußen in den Todlanden tobt der Krieg endenlos, verwarmungslos. Nur gemeinsam können wir die Lophora besiegen, die sich gegen uns erhoben haben. Das Schicksal unserer Welt liegt in deinen Händen. Vertraue auf deine Fähigkeiten und führe uns in die Schlacht. ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017